So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Diesmal wollen wir wunderbar die Kanalisation erforschen, gehen nun voller Tatendrang voraus, verlieren den Anschluss zur Gruppe und gehen wahrscheinlich elendlich drauf. Hallo. Oh, ein Ast. Ah, da vorne sind sie. So. Wer geht hier lang? Die gehen hier lang, gut, dann gehen wir hier lang. Noch leichter Kältebühne, vielleicht höher. Was war das? Äh, ne. Und hier. Menno. Da wissen wir, wie der Schmack ist. Okay. Hier lang. Vorne soll ich mich nicht mehr sein. Jetzt sagen sie es. Gleich hier. Ja, jetzt auf einmal weiß ich den direkten Weg. Das ist vielleicht praktisch sowas. Das war aber auch nicht gesund hier. Was haben wir da? Schön. Können wir nicht hier raus? Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Und wer kann noch alles mit schwimmen? Hier, hebe mal bitte die Hand. Hey Joe, wir kommen hier rüber. Wir müssen uns wohl was überlegen. Wir sollten weg sein. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Hey, vielleicht bringt das irgendwas. Nein. Das klemmt. 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 Ihr bleibt da. Okay, toll. Klasse. So, nun. Unschwimm ich da gemunt das sehen. Allein im Wasser. Wir sind nur ein bisschen planschen. Oder was? Er sagt, ich muss schon wieder tauchen. Wasser. Hallo. Wart man nach Irgendwo. Das hat's wieder viel gebracht. Alles verschlossen. Leute, Leute, Leute. Wo sind da? Noch ein Firefly Anhänger. Dann. Ah, nun. Ich komm nicht an. Da hoch kommt er ja nicht. Der liebe Mann. Na, das ist es natürlich. Das ist scheiße. Wir müssen die Haare waschen. Da hoch? Nein. Und nun. Der Toil, das Ding klemmt, ne? Aber was soll ich euch jetzt da weiterhelfen? Ich kann schwimmen. So, eine Warning. Okay. Das Wasser ist nicht sicher. Ja, klasse. Und nun. Müssen wir einen Weg finden, wie wir diese. Schleuse öffnen. Das war da unten. Versuchen an dem Rad. Was zu tun hier. Henry, versuch's mal. Ja, und jetzt muss ich es gehen. Es geht auch bestimmt. Ich glaube, der alte Mechatroniker hier. Oh, schön. Ich darf jetzt allein vorwärts wieder. Hier komme ich raus. Und was haben wir hier? Erstmal einen komischen Gang hier rein. Warte mal schauen, was haben wir hier drin? Oh, das Auto. Oh, Munition, Munition und Material. Das ist wunderbar. Kann ich eigentlich irgendwas herstellen? Ja, Medikets. Oh, Medikets. Sehr wichtig. Ja, nur eins. Klasse. So, dann tun wir eine schöne Spitzhacke dazu. Bausteln. Weg hier. Okay. Mal dran. Das sind so Geräusche, die ich nicht gerne höre. Wo kommen die her? Oh, kacke. Welcome back to Zombieland. Eigentlich müsste ich jetzt erst, dass die da drin war. Neutralizieren. Das scheinen ja keine Klicker zu sein. Kann ich theoretisch? Oh, scheiße. So wie zum Thema keine Klicker. Andererseits muss ich doch irgendwas hier machen können. Na, bisschen Lärm. Ja, ich bin noch ganz. Schön. Mein Herz aber nimmer so. Alles her, kann man alles gebrauchen. Das ist alles unheimlich wichtig. Okay. Ein bisschen mehr Munition habe ich mir schon erhofft. Auf jeden Fall wieder ein Messer herstellen. So. Nun, bringen wir die ganzen Nichtschwürmer darüber. Falscht. Das ist echt traurig. So, ob die keiner von den Wind hier schwimmen kann. Na los, Ellie. Na, Alter. Sehen Sie auf. So. Jetzt gehen wir auch ganz allein darüber. Damit rede ich mal ein bisschen her. Springen, Ellie, springen. Okay. So, ich mag nicht springen. Hier geht gar nichts. Ernsthaft? Okay. Was war das? Schön. Ich darf jetzt am Motor bleiben, oder wie? Hallo? Geht's noch, Leute? Seid noch ganz weit ruf. Ja, sag's lieber nicht, ja. Cool. Krass. Schick mir mal das Ding wieder rüber. Hallo? So, er will mich hochziehen. Er sagt das doch gleich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir sind schon froh, bis dahin. Die Knarrner Shotgun kann ich knicken. Dann tun wir hier gleich eine Alternativwaffe auswählen. Und zwar halt unser schönes Tierjagdgewehr. Seid mal schön ganz vorsichtig, stimmt's hier. Erstmal lass mich mal einen Lauschangriff starten. Alles sauber. Noch. Oh, boah, hier, ich will hier durch. Das sieht aus wie ein Kindergarten, oder? Sehr improvisiert, diese Alarmanlage. Oh mein Gott. Was ist das? Wuhu. Das ist cool. Was ist das für ein Shorty? Boah. Keil. Ja, klasse. Ein abgesägter Shotfinder. Das Problem ist nur, die hat nur zwei Schuss, ne? Das ist das Problem. Hier muss ich immer wieder ordentlich einkaufen. So wollen wir jetzt hin und ein paar Kopfweh-Tabletten. Hier ein ganzer Haufen Schrott und ein paar Bändchen. Alter, was macht denn hier? Gibt's hier was? Uhuhu. So, der Wahnsinn. Hier stellen können wir wieder nichts. So, das war's, ne? Aber weiter kommen wir eh nicht. Aber so bleibt uns noch der andere Weg. Dieser Weg hier. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Wow. Alter. Alter. So schaue ich mit unserer Armee. Uhuh. Fuck. Ah. Ah. Ein Klicker. Wunderbar. Lebt noch einer. Tja. Und wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Dem Klicker nachzuurteilen sehen sie schon länger. Ein paar Shorty Munition. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Da war er noch immer. Ja. Schreie ist schon voll. Rüst mir die gerade mal aus. Shorty. 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 So. Wir müssen ja schön die Klinge verpessern. So, was denkt ihr? Wo kommen wir hin? Da, hin oder da? Ich würde sagen, das sieht hier doch vertrauenswürdig aus. Das ist echt der Wahnsinn, wie viel Zeug man hier doch... Uuuaah. Findet. Ich bleib hier liegen. Uuuh. Widerlich. Und schon wieder die Batterie ist so langsam schwach hier. So, was haben wir hier? Meine Wahnsinn, wie die Zombies hier die Untoten abgehen. Wie so Zäppchen hier. Dort ist ja schon wieder so was widerliches. Was war das? Munition? Das war keine Munition. Aber da war doch was. Was rotes. Ah, nein, was war das? Hallo, ist hier was drin? Hm. Schaukelpferd. Uuaah. Noch so ein widerlicher Typ. Das ist echt abartig. Hier irgendwas? Aha. Nein, so. Warte, was? Alter, eine Machete? Eigentlich müsste ich das näher. Das andere ist gerade so verstärkt. Lass die Machete erstmal da. Wollen ja nicht unnötig Waffen verschwinden. So. Lass mal weiter gehen. Hey, ob es hier raus geht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Ach, die Türklinge. Vielleicht kommt man auch anders da hin. Der Feind aller... Der Feind aller... Weht hier mal. Dann ist natürlich gut, dass jetzt gerade der Moment ist, wo ich sage, das war's diese Folge. Macht's gut. Zum nächsten Mal haut rein. Zumлейzt. Komplett. Keintek. Ost.